Musik Ihr könnt nicht mal geradeaus fahren. Und ihr kriegt die Kurve nicht. Dann ab zur Drive University. Ja, ein bisschen Schiff habe ich schon. Der Fahnenfänger tut sich da schwer. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Richtig hart zutreten. Ja, es war wirklich schwer. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war sehr gut. In der Drive University gibt's Tipps rund ums Autofahren. Ihr wollt euch mal wieder ordentlich dreckig machen? Aber Gelände ist euer Feind? Jeder kann Offroad fahren. Alle, die wissen wollen, wie man sich abseits befestigter Pisten durch die Prärie schlägt. Bei unseren Offroad-Folgen seid ihr genau richtig. Seht her, er hat's auch gelernt. Dynamik kennt ihr nur vom Pudding? Richtig driften lernt ihr nur hier. In unserem Drift-Tutorial gibt's alle wichtigen Infos, wie man ein Auto im Grenzbereich wirklich beherrscht. Da bleiben die Mundwinkel nicht lange unten. Unter Drive University gibt's auf unserem Channel wertvolle Tipps von und mit Werner Gusenbauer. Das war's! Das war's! Ihr braucht ein neues Auto? Alles Wissenswerte erfahrt ihr bei Testit. Was mir bei dem V60-Dieselhybrid sehr gut gefällt, ist, dass man einen alltagstauglichen Kombi hat. Der Knackpunkt bei solchen Hybrid-Fahrzeugen ist meistens der Preis. Der ist unglaublich gut zu kontrollieren. Der reißt nie abrupt ab, sondern bleibt immer brav und immer schön zu handeln. Das geht nicht allen so. Rennfahrer werden ist und bleibt euer Traum? Bei uns seid ihr immer goldrichtig. Denn bei uns seid ihr immer auf der Pole Position. Willkommen bei Motor Vision. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.